Farou, das ist nicht Airship, oder? Äh... Oh, Farou! Ich bin Killer. Ich bin Killer. Das ist Maggie. Hallo. Ja. Hallo. Maggie. Was war das? Er hat sich an mir erschossen. Ich bin rübergeportet hier mit der Schwebebahn da. Äh, hier, damit die alle wissen, Gap Room. Ich war Brick in die Richtung, bin rübergegangen. Der hat sich gerade an mir erschossen. Deshalb habe ich gewiggelt. Wer hat sich an dir erschossen? Franz. Du glaubst, die Geschichte ist wahr. Das glaube ich. Franz macht sowas. Ey, das Ding ist vor allem, also, Jules, du warst ja direkt dahinter. Als Killer habe ich ja eine höhere Vision und würde ja sehen, dass du von hinten kommst. Das macht gar keinen Sinn, dass ich da den Kill hinlege. Und ich habe noch invertierte Steuerung. Weiß ich nicht. Das sah schon sehr sass aus. Nein, wirklich nicht. Ich habe nicht gekillt. Sonst hättest du gesehen, wie ich drauf gejätet bin. Aber ich bin nicht drauf gejätet. Die ist an mir umgefallen. Smaggy ist kein Killer. Also, in Wirklichkeit schon, aber jetzt war er es nicht. Der Alex ist auch Killer. Nein, nein. Hm. Das ist der erste. Also, es wäre gestanden Legend auf der Leiche und geht darüber hinweg. Ja, ich bin rechts und links hingewiggelt. Aber wie gesagt, guck mal, du bist ja instant dahinter hergekommen und der ist wirklich eine Sekunde vor dir umgefallen. Und ich sehe ja als Killer soweit. Das heißt, ich hätte dich ja kommen sehen und ich würde dir da keinen Kill hinlegen. Faro ist zu 100% Imposter oder Jester. Der votet instant und pusht auch noch auf mich, weil ich Smaggy rausnehme. Okay, ich opfer mich jetzt. Wir müssen noch was Smaggy voten. Ich bin Sheriff-Wertz. Ich bin Sicherheit nicht erschossen an Smaggy. Dann ist er Thief. Ich weiß nicht. Der hat auf mich geschossen. Oder ist das ein Warlock? Ey, nein. Ich habe ihn nicht getötet. Der ist 100%ig an mir umgefallen. Ich dachte, der hat auf mich geschossen, weil Franz gerne trollt. Smaggy, ich glaube dir. Weißt du? Ich skippe. Glaubt Smaggy. Believer. Oder Faro ist auch Prosecutor. Also wir glauben jetzt alles. Wartet wenigstens eine Runde. Eine Runde, ja. Ich würde gerade sagen. Aber auf Airship ist es schwierig. Okay, sehr gut. Wir müssen jetzt holen. Wir müssen reinschnetzeln des Grauens. Wir müssen so hart reinschnetzeln wie kein anderer zuvor. Faro easy outplayed. Wir müssen jetzt nirrsch Mücke aufnehmen. Wir müssen eins aqui. Wann haben wir die Runde bradicamut strangerne gesehen? Wir müssen insensiteln. Wir müssen denitelm durch感 giveslos wahr. Steck. Wir müssen denengaal zu Punch. Wir müssen dene mit Patten ab etwas vorbereitet. Ich bin aufgeregt. Nein! Nein, ich konnte das nicht verhindern! Nein! Nein! Oh, boy. Diese Map ist so schlimm. Nein! Das ist zu riesig. Nein! Ich habe viermal die Treppe hoch und runter gelaufen, weil ich da den Code eingeben wollte, aber als ich jetzt gekommen habe. Ich habe es schon eingegeben. Und weißt du, wer gerade rübergekommen ist? Weiß ich nicht mehr. Ja, ich wollte Jules holen. Und weißt du, wer gerade tot umgefallen ist? Maggie. Maggie. Ich war es wirklich richtig. Nee, ich habe ihn erschossen. Das habe ich ja gesagt. Vorher schon. Achso. Achso. Er kam so schön auf mich zu. Ich bin am Anfang ihm nachgelaufen, er ist dann weggewendet. Er hat das Licht ausgemacht, er ist weggewendet, weil er wusste, ich schieße auf ihn. Und gerade eben kam er so schön auf mich zu, dass wir ihn gerade so ärgern. Aber es ist gut. Hannah, warst du ein böses Mini? Ja. Nein, ich habe gerade denjenigen gefunden, Infinity, der lag da rum. Und wo? Okay. Und wo sagt er? Showers. Showers. Showers, okay. Oh Gott, ich bin da fast entdeckt. Also ich habe keine Ahnung von dieser Map, aber ich war in Showers, ja. Bin gerade von Main Hall gekommen. Ach, das war so unnucky. Also ich war auf der Verzweifelssuche, wo ich hin muss, wegen dem Alarm. Und ja, bin durch Kitchen Security Electrical gelaufen. Same. Ich habe zuerst die ganze in den Main Hall versucht, um die Räume rauf zu gehen. Leute, ganz kurz. Ich glaube, wir können skippen, weil Smeggy war sehr böse. Ich habe ihn erschossen. Ich glaube, dass Alex der Lover war. Deswegen hat er ihn verteidigt. Wen hast du denn gerade reported? Alex? Wie meinst du den Report? Also, Dings. Wäre die leichter. Infinity war das. Infinity war das. Das muss auf jeden Fall der letzte Killer gewesen sein, oder der zweite. Ich habe das Smeggy belieft. Ich dachte, er wäre nett. Aber... Nie wieder trusten. Ach, Mann. Hm. Ja, keine Ahnung. Wollen wir skippen, oder? War ich? Du bist ja am Ende. Keine Anzeichen, ne? Ich weiß halt nicht. Es wird maximal random, wen ich vote. Deswegen... Keine Worte, wen ihr denkt. Vielleicht erwischt man ja jemanden, ne? Oh, ich habe keine Ahnung. Aber skippen würde ich nicht. Ich hätte nichts. Oha! Das ist eine gute Frage. Jetzt denkst du die Worte. Jetzt ich? Oha! Bam! Okay. Das ist der Chat. Das ist der Chat. Hi. Ohlala. Wir kennen die Map nicht. Hallo. Smaggy, das... Da musst du es aber ordentlich rödeln, ne? Um dich da rauszureden. Smaggy, schaffst du dich. Ich musste... Ich musste ganz tief in die Trickkiste greifen. Du hast nur gelebt wegen mir. Ich habe dich voll rausgenommen. Ja, danke dir. Ja, aber warum machst du das? Nur weil du... Ja, weil ich ihn geschiftet habe. Hä? Ja, aber deshalb kannst du den doch doch ziemlich rausnehmen, du... Ja, ich wollte halt eine Runde warten. Ach so... Eine Runde warten und du bist gestorben. Sehr gut. Eine Runde warten. Was wolltest du sagen? So, jo, ich bin doch gestorben. Nein. Sorry. Das macht so gar keinen Sinn. Smaggy, dass du jetzt tot bist, hat den Vorteil, du musst nicht mehr an der Tür stehen, ne? Ey, das mit der Tür, das hat mich so hart gechiggert, ne? Ich war so aufgeregt. Farou... Auf der anderen Seite auch Farou an der Tür. Das sah göttlich aus, ja. Genau dasselbe. Einfach zwei alte Männer. Ey, weißt du was? Nein, das Schlimme ist, ich wusste, dass Farou mich töten will, ne? Ich play den out, renne da rüber und denke mir so, dieser Hund, wenn der einmal um die Ecke kommt, der wird einfach erbarmungslos schießen, ich muss hier weg. Ja. Und dann gehe ich auf dieses Truller-Ding und ich sehe nur beim rüberfahren, Farou steht da, ich denke mir, fuck. Ich bin so richtig in meinen Tod getrullert, so richtig schön langsam. Du kannst gerne mal Licht ausmachen oder sowas. Ja, das stimmt. Connor ist... Ja, okay. Das hat sie jeder gesehen. Ja, das hat jeder gesehen. Das Problem ist, wenn man sich gegenseitig noch sieht, ne? Aber ich glaube, das passt. Naja. Eigentlich, Connor, dürfte Farou nicht töten und ich hoffe, Connor weiß, dass er Farou als Sheriff rauskästen muss. Hoffe ich auch. Ich hatte gerade so das Bedürfnis, Connor mich zu entmuten und Connor anzuschreiten. Gäste ich noch Sheriff? Aber V kann Connor jetzt nicht schießen, ne? Doch. Ne, 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 ne. Noch nicht. Noch nicht. Connor muss... Selbst wenn er nicht 18 ist? Ja, ja. Ich bin da von Records zu Launch gegangen und hab Henry auf dem Boden gefunden. Ja. Und den Kill hat Sternchen gemacht. Jules war unten links an dem Zeitpunkt, wo der Kill gefallen ist beim Upload am Viewing Deck. Ich war da auch. Und sowas, wenn der rechts oben ist. Und du jetzt Report hast... Farou, Farou, du hinterst... Du hinterst gerade. Es war ein VIP-Flash. Also... Ich weiß. Warum sollte er nach 8 Sekunden und 90 Sekunden wieder zu Leiche laufen und reporten? Kein Grund auf Airship. Ja, du keine Ahnung. Also Henry kann nicht irgendwie was gemacht haben. Farou nehm ich komplett raus. Ich weiß auch, dass er... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er Cheryl ist. Äh... 100%ig so genau. Äh... Für mich ist es halt einer von den anderen beiden nur, wenn... Also ich bin mit Schuhe die ganze Runde fast rumgelaufen. Wir hatten mal in einem Viewing-Examen. Wir haben uns immer wieder gesehen, ne. Und sie ist an dem Viewing-Deck gegangen. Kurz danach kam der Flash und so. Also das kann nichts... Also eine Person hat gerade Linkslight gefixt. Und zwar als ich rechts war, da war keiner. Und als ich drangegangen bin, ist keiner da gewesen. Jules, hast du Light gefixt unten? Ja, ich hab Light gefixt. Jaja. Also Jules ist komplett raus. Dann würd ich hier... Ja, da... Ja, ich war rechts am Light-Fix und hab gesehen, das ist schon links gefixt worden. Weil rechts waren alle Hebel umgelegt... Umgelegt. Und wo war Connor? Ja, bei Light-Flash. Und deswegen würd ich hier... Ich hoffe... Ich hoffe... Er will ihn sich aufheben. Gern. Und du bist... Ich bin von Schauer... Ich bin von Schau... Doch, ich war... Also ich war zuerst Engineer Room, dann war ich Main Hall. Bin rüber zu Schauers, hab die Task gemacht. Bin rauf. To Record. Ich hab gerne self-reported, aber nach 80 Runden? I don't know. Boah, ich hab keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Faro es nicht ist. Und von Sternchen und Connor, irgendeiner von euch beiden ist es. Keine Ahnung. Wir skippen nochmal, komm. Ich schluss auf einmal. Bist ihr sicher, Faro? Bist ihr sicher? 100%? Ja, wenn wir die falschen voten, ist es doof. Nein, das ist... Ist es wirklich nicht. Leute. Ich hab... Nicht Sternchen gebotet. Oh, wir haben noch nen Mayor drin. Geister-Jet. 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 Also ich sag's euch so, wie es ist, ne? Was ist denn mit Faro? Ey, ich sag's euch, wie sie ist, als Connors Maid, ne? Bruder, ich fang hier an zu schwitzen, sag ich dir, wie sie ist? Nee, Connor hat keinen Bock auf diese Kack-Map. Er hätte doch Faro einfach gästen müssen. Ja, er hätte mit dem Boot raufgehen können auf Sternchen, den Faro da schön vorgelegt hat. Vielleicht macht er jetzt einen Kill und gäst danach. Oh nein, Connor ist... Ja, Connor, das war jetzt die einzige Person, die du nicht töten hättest. Digga, ja, ich weiß. Ja, und dieser... Ja, das ist dumm gewesen. Das war die einzige Person, die du nicht töten hättest. Digga, wie kann ich bitte... Wie kann ich bitte reporten, wenn ich 10 Kilometer weit weg bin? Wie geht das? Den Bait erwischt hat er, ne? 4 Sekunden. Ja, aber... Digga, wie kann ich... Hä? Ich schenk dieses Game nicht! Ich... Ich wollte mich selber für diese Scheiße hier. Connor, gäst ihn, Junge! Gäst ihn doch auf Sheriff! Connor! 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 Entschuldigung, Männer! Entschuldigung, Männer! Oh, Connor! Oh, Connor! Ich war der Deputy. Nee, das war dick, das war scheiße. Ich verdiene den Sieg nicht. Connor, ich will... mit dir, Bruder! Sag doch, ich bin Sheriff! Ich habe ihn erschossen! Connor hättest du ihn gegessen! Er hat mich aufm Gewissen gehabt! Ich weiß!